Hallöchen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Wieder mit John, Julchen und Skulldur. Dankeschön. Hi. Hi. Tja, hoffen wir mal, dass du runter bist, die Blei. Was habt ihr dann so dran? Das ist meins? Verringert leicht den schwarzen Schleier. War das einer von uns nicht, oder? Äh, wir spielen jetzt gegen den Wandler. Wieso siehst du das? Ich glaube, weil er neu im Game ist. Ich glaube, dann kriegt man Tipps, weil ich hatte das auch mal. Aber hier steht ja zum Beispiel nur die Zahlen neben den Generatoren, Symbolen, bla bla. Irgendwas mit Generatoren steht da bei mir. Ja, aber du hast die Spiele auch schon länger als er. Ja. Oder nicht? Ich glaube, ich habe den längsten von uns vier. Das stimmt eigentlich. Aber ihr habt am meisten gespielt. Ja, ich habe die Hinz ja auch nicht mehr. Boah, ich mag die Map nicht. Was ich nicht alles mag. Oh nein. Wer ist das? Generatoren, hopp, hopp. Der Wandler, warte mal. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Michael Myers. Achtung, der hat einen kleinen Agro-Range. Oh nein. Oh, lauf, lauf, lauf. Der kann ich eh nicht fangen. Er darf dich nicht... Wer dich gegen den Spiel, der darf mich nicht anschauen. Also raucht immer Schlangen, damit er sich nicht anschauen kann. Das ist ganz wichtig, damit er sich nicht aufladen kann. Ja, aber er ist jetzt Schlangen hinter Gegenstände, oder? Ja, genau. Dass du nicht in seinem Lichtfeld bist. Oh nein. Ne, das ist noch der Vormodus, glaube ich. Das ist noch der Vormodus, genau. Er rennst schon weg? Ne. Ich dachte schon, du rennst dir jetzt durchlockst den Killer zu mir. Aber das ist nicht anders. Komm, schauen. Erster Generator haben wir gleich. Ich hab ihn weg. Oh nein, der ist direkt bei mir, der fertige Generator. Oh, der kommt mir. Oh, scheiße. Was? Oh, ich bin ihm fast direkt reingelaufen. Jetzt hat er mich, glaube ich. Hilfe. Nein. Oh mein Gott. Er sieht dich, er weiß, dass du da bist. Er verfolgt dich. Hilfe. Oh, was ein Stress. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Also das Clicktime Event hat gerade bei mir rumgepackt. Voll geleckt. Ich bin gleich bei dir. Heißt du dich gerade scrollen? Ich heile mich gerade. Ich bin gleich fertig. Warte, ich warte bis es ein bisschen weiter weg ist. Dann suche ich mir nochmal einen Generator. Ich hab ihn geheilt. Und tschau. Ah, da ist ein Generator. Er kommt, glaube ich, gleich wieder. Kannst du mich schnell heilen? Er ist wahrscheinlich schon unterwegs zu uns. Versuchen wir mal erstmal hier irgendwie... Hier mal einen Generator zu machen. Oh, er ist ja direkt bei mir. Ach du Scheiße. Oh nein. Ach, komm ey. Ja, 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 er verfolgt aber gerade jemanden. Alles gut. Hört mich. Ich hab's nicht gewusst, wie ich da abkommen soll. Also der, der jetzt frei ist, Generator machen. Beim Gleichzeug ist er am besten. Ja, warte, er ist direkt hier. Er ist direkt bei mir. Jetzt nicht ihm sie befreien. Erstmal Generator machen. Wir können bis zur Hälfte seines Lives warten. Erst beim Generator nicht zu mir kommen, noch nicht zu mir kommen. Also der Trick ist halt immer, wir müssen halt schauen, dass wir jetzt nicht zum Beispiel die Leute sofort befreien, sondern erst wenn sie kurz vor der Hälfte live haben, ja? Nee, er hat mich gerade geheilt, deshalb sind wir da. Ich sag ja nur, aber zum Beispiel jetzt ihn zu befreien wäre blöd. Ja, das wäre gewastete Zeit. Achso, der zieht mich dann, was? Ja, wenn wir dich runterheben, das sieht er dann. Naja, willst du jetzt warten? Jetzt kann jemand ihn befreien gehen, das wäre nicht schlecht. Ja, warte gleich sofort. Weil jetzt mache ich gerade ein Totem. Ah, jetzt hat er mich auch, verdammt. Aber ich befreie ihn schnell. Ich bin gleich um die Ecke. Ich bin hier, ewig weit weg von ihm und höre mich an, laut dieses... Ja, weil er ist in Level 3, deswegen. Oh, meine Güte. Kommt. Macht jetzt einfach irgendwelche... Er geht jetzt zu euch, wo ihr befreit wurdet. Macht den Generator, Hasi, schnell. Komm hinter den Stein da, hinter den Stein, da heile ich dich schnell. Ja. Komm her. Ja, das war extra, nachdem er ihn gemacht hat. Oh, der kommt zu uns! Soll ich dich nicht befreien? Ja, jetzt musst du mich befreien. Was? Jetzt musst du mich befreien. Ey, das gibt's doch nicht. Heil dich und ich mach den. Wie hat er uns eigentlich gesehen? Der ist direkt zu uns gelaufen. Ich hab keinen. Aber direkt, oder? Ja, es gibt aber auch so einen Perk, dass er die Leute sieht. Das ist ja irgendwo am anderen Ende der Web, da ist gar nichts. Und der ist direkt zu diesem Stein gelaufen. Oh mein Gott, ist das pervers. Ihr müsst jetzt irgendwie einen Skull helfen, weil der liegt am Boden. Und ich hänge. Boah, das war jetzt ärgerlich. Voll zum Kotzen. Er geht jetzt Skull aufheben. Ja. Komm, das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen mich jetzt erstmal hallen. Also ich komm. Boah, das hat mich jetzt voll geärgert. Geh ich eh extra weit weg von diesem blöden Haken. Ja, ich merk mal, das ist irgendwie blöder Körner. Oh ne, er drückt mich nach unten. Okay, du gehst Richtung, ich geh Richtung Skull, Hasi, okay? Was? Du gehst Richtung Chris, ich geh Richtung Skull. Ja, du gehst, ne, neben rechts. Ja. Und wir schleichen uns jetzt ran und wir sagen uns dann eben, was wir hierher ist. Er kommt direkt zu dir, Julia. Er geht direkt zu dir. Er geht, er ist hinterm Bagger. Ne, er kommt direkt zu dir, Julia. Und jetzt geht er wieder hinterm Bagger. Er ist jetzt hinterm Bagger. Geh du zu Chris jetzt. Ich hole ihn. Ey lol, er ist im Bagger. Er kommt zu uns, Julia. Er kommt zu uns. Komm mit. Ich bleib nicht hier stehen. Ich hoffe, dass ich hier, wenn er aber vorbeirennt. Du hörst mich nicht, du hörst mich nicht. Ist er bei dir? Ja, ja, ja. Er geht in die, in die, in die Hütte. Das probiere ich mal aus. Wenn ich jetzt Selbstheilung mache, wenn er direkt zu mir kommt, hat er den Perk, dass er Selbstheilung sieht. Na ja. Oh, oh, er kommt zu. Oh, oh. Er sieht uns. Nein, er hat uns nicht gesehen. Er sucht gerade. Komm schon heilig schneller. Hat mir das gebrochen gar nicht gehört. Ja, weil der hat einen kleinen Radius. Wenn er nicht in seinem dritten Modus ist. Geht wieder zum Bagger. Komm, wir machen den Generator hier. Komm, schnell. Er ist auf der anderen Seite der Map. Oh nein. Er geht wieder in die komische Hütte. Wo sind denn die Paletten? Ja, da gibt's, hier ist einer. Er schaut dich an, er schaut dich an. Schmeiß. Nice. Jetzt war er auf, ganz weit weg. Sehr gut. Du musst früher. Schmeißen. Schmeiß, schmeiß, schmeiß. Schmeiß, schmeiß, schmeiß. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Oh nein, nein! Lauf, 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 er hat gefilzt. Lauf, er war weg. Oh, scheiße. Wir müssen mal warten mit ihm übergehen. Okay. Jetzt noch einen Generator schnell machen. Julia hing noch nie. Das heißt, wir können noch einen Generator komplett durchziehen, auch wenn sie aufgehängt wird. Ach, direkt neben dem Haken. Chris, willst du gerade eine machen? Ja, aber ich bin erst Viertel. Viertel, okay. Er wird jetzt direkt zu mir kommen. Also, ich muss halt jetzt aufpassen, weil ich Vorschutz noch mal. Ach, ich häng auch schon einmal. Ach, ich häng auch schon einmal. Den offenen hier. Ja, ich häng auch. Jeder hing einmal. Ist egal, er kommt jetzt sowieso zu mir. Okay, das heißt, er weiß, wo ich bin. Das heißt, er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Er ist bei mir sowieso jetzt. Ach, du hängst draußen, oder? Ja. Ich seh ihn immer noch, er ist immer noch bei mir. Er ist bei mir, er ist bei mir. Mach weiter. Chris, äh, ja genau, er ist bei mir. Ja, aber dort, wo du bist, bin ich wahrscheinlich auch. Irgendwie. Ey, ich hab den doch gerade, der ist direkt an mir vorbeigelaufen. Glaub mir doch. Er ist nicht bei dir, er ist bei mir. Ja, ja, jetzt, jetzt glaub ich dir, weil jetzt ist er... Ich muss mich heilen. Weil ich kann mich nicht heilen. Ja. Hälfte hab ich. Scheiße, er kommt wieder zu mir. Immer noch hinter mir. Immer noch hinter mir. Ach so. Erst beim Bagger. Beim Bagger. Der Generator vielleicht schon fertig. Suckst du denn hier noch nen Generator? Weißt du das wieder? Nee, leider auch nicht. Ich hab gleich ein Pferd, also wirklich, drei Viertel hab ich schon. Lass halt schon mal nen Ausgang suchen. Ja, geht schon mal, sucht mal nen Ausgang. Ist wirklich gleich fertig, das krieg ich hin. Selbst wenn er jetzt zu mir kommen würde, würde ich ihn noch fertig kriegen. Drei. Zwei. Eins. Oh, bei mir ist direkt nen Ausgang. Ich versuch den mal zu öffnen. Mach den auf, mach den auf. Er ist immer noch bei mir. Immer noch bei mir, immer noch bei mir. Ja, ich bin schon dabei den Ausgang zu öffnen. Ich mach den anderen auf. Okay. Der Ausgang, wo die Julia glaub ich hingeht. Er kommt zu mir. Ich dachte du hast ihn. Ja, er war gerade bei mir. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Das war ich bei dir. Sorry. Ja, ja, jetzt hat er mich. Scheiße. Bin tot. Ich muss so sagen, oh man. Er hättest was sagen sollen. Ja, der war total schnell. Sorry, ich hab das nicht gesehen. Also meine ist zu viert. Ach, der kommt direkt in eure Richtung. Zu euch allen. Warte mal. Dort wo ich hänge ist dann auch so ein Ausgang. Ungefähr. Ach nein, du hängst ja noch. Sag mal. Ja, 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 ja. Ich dachte du bist tot. Ich muss gehen, weil ich glaub er kann mich killen. Weil ich diese... Ja, ich muss warten bis er seinen One-Shot wegkriegt. Warte, er kommt jetzt zu mir. Weil nicht dass er den Perk hat, den du letztens hattest, hörst du schon? Ja, er hat den anderen Ausgang gecheckt. Hey, die Ausgänge sind ja voll nah beinahnt. Das ist voll unfair. Lol. Nein! Was denn? Wie, ich bin tot? Hatte ich kein Leben mehr oder habe ich jetzt irgendwie zu langsam Leertaste gedrückt? Zu langsam gedrückt. Ah, das ist genau das gleiche passiert wie mir vorhin. Hä? Was? Du musstest ja auch immer spannend bauen, oder? Hä? Nein, das ist rissen. Alles klar. GG! Ja, ist mir von ab passiert. Einfach bin ich schnell gut gedrückt. Wie soll ich denn auf meine Leertaste drauf holzen? Ja, habe ich mich auch gewundert, ja. Alter. Lul. Na gut. Lade die ein. Oh, ich glaube ich habe gerade was ganz cooles gefunden hier. Ja. abi- Bist irgendwie offline bei mir Chris? Ja, stimmt weil ich mich unsichtbar gemacht habe. Wie geht denn das? Dann kann ich dich, glaube ich, nicht einladen. Ja, ja, das ist verständlich. Jetzt. Ja. So. So, erstmal, ah nein, nicht das da, ah, Ausrüsten, Item, ne, mal, ich, zwei, wie, Ich glaube, dieses Perk-Dunkle-Warnung ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn man Generator repariert, dass man dann weiß, für fünf Sekunden, wo der Killer ist. Ja, aber ich finde, das, ja, das hatte ich auch mal drin, aber, aber halt, so, naja, Bringt jetzt nicht so viel, also, das ist natürlich, das ist vorteilhaft, aber wenn du dann siehst, Oh, er ist direkt da, okay, bin tot. Ist dann nicht so geil. Skull, machst du bereit? Achso, ja, sorry. Ah, ich glaube, jetzt noch einmal gewinnen, und dann bin ich Rang 18. Wenn ich das richtig verstehe, mit diesen Tropfen da oben, bei diesem Fortschritt. Achso, muss man da, ach, ah, jetzt. Oh, das sind das Siege, oder was genau, sagt es eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung. Ne, einfach Spiele, glaube ich, oder? Oder sind das? Ne, ich glaube, man muss schon gewinnen, oder so. Aber im Team, oder so, man muss nur einen kommen, dann kriegst du so einen Punkt. Gut, wir machen was aus. Glaube ich. Alter. Ey, dir das aus, damit, wenn du ein, ein Ding, äh, so ein Blutnetz ausfüllst, und die anderen dann, äh, verdunkeln, das ist so dumm. Das ist so dumm. Wie verdunkelt. Ja, die, äh, werden dann ausgegraut, die kannst du da nicht mehr machen. Wenn du, wenn du eins oben machst, dann werden die unten ausgegraut, so eine Art. Hä? Ja, das hast du noch nicht mehr. Man kann doch alle, äh... Ne, man, ne, wenn du, äh, wenn du ein Hörer Rang bist, dann ist das... Ah, okay, dann musst du dich manchmal entscheiden, das oder das. Aber du siehst nicht, welches verfällt, wenn du das andere machst. Achso, okay. Also da steht nicht, das oder das, sondern, du machst einfach irgendwas, und irgendein anderes verschwindet dann. Das ist richtig ekelhaft teilweise. Deswegen gucke ich immer, dass ich zuerst auf die, äh, die Perks gehe, damit die nicht verschwinden, da habe ich immer verlangst. Ja, immer auf die Perks gehen. Ja. Das mache ich auch. Aber jetzt zum Beispiel hatte ich, jetzt konnte ich die Selbsthilfe, Stufe 2, und sobald ich die gemacht habe, ist der andere Perk unten verschwunden. Das war... Ja, das ist immer so. Musste ich immer für einen entscheiden. Das ist voll dumm. Einmal dumm. Äh, das ist auch noch ein paar. Ach, schon wieder. Die Werkstatt. Schon wieder diese Map, ey. Diesmal kann ich nichts sagen, weil ich hätte Logos nichts angezeigt. Oh, bist du jetzt auch so weit. Ich glaube nichts aufgestellt. Kann das sein, wenn man irgendwie zu früh irgendwann mal aufhört, dass es dann irgendwie automatisch kaputt geht, der Generator? Nee, das ist dann einfach nur Pech, dass du genau dann aufhörst, wenn du eigentlich so einen Tisch jetzt check hast und dann knallt es. Das ist mir schon dreimal passiert, innerhalb von... ...Saispielen. Das ist mir... Das passiert mir auch öfter. Hurra, ich habe eine Station-Lampe gelootet aus einer Kiste. Ja, geil. Die brauchst du auch unbedingt, weil die so gut ist. So, jetzt. Also, er war kurz bei mir. Hat Generator gecheckt. Er ist jetzt... ...woanders. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Das ist ein schneller Killer, glaube ich. Nee, das ist der mit der Fallen. Das ist der mit der Fallen. Achso. Also, schön auf den Boden schauen, wenn er rumläuft. Was ist das jetzt? Bitte mach jetzt nicht diese Ding auf. Bitte mach es nicht auf. Bitte mach es nicht auf. Ja, genau. Lauf einfach weiter. Okay, er läuft weiter. Er läuft da wieder zurück, wo er hergekommen ist. Nee, nee, nicht richtig. Der läuft einfach. Mach das auch noch. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, schneller. Seid ihr bald fertig mitten? Hälfte. Hier in der Mitte. Hä? Er würde jetzt zu euch kommen, weil er war in der Mitte. Also, er ist relativ schnell da wahrscheinlich. Ja. Dort wurde der Generator fertig gemacht, oder? Genau. Da kommt er jetzt hin. Okay, weil ich bin auch wieder fertig. Jetzt ist er dann in die Richtung. Er ist gleich da. Ah, ich möchte noch vor dem Handgenerator kommen. Ich möchte meinen auch noch fertig machen. Ich auch meinen. Oh, er ist in der Nähe, glaube ich. Fertig. Weil ich jetzt fertig. Hey, Leute, was geht denn jetzt ab? Er ist in der Nähe. Sieht den jemand? Ja. Ja. Hinterjul dich dann. Oh, Alter. Oh. Heißer. Warte, ich bleib. Ich habe Taschenlampe. Ich probiere das nochmal. Geh du Generator machen, okay? Ich war nur auf dem Boden, dass du nicht aufgehört hast. Okay, nice. Nicht direkt zu mir am besten. Ja toll, das hat sie gerade nicht mehr ausgereicht. Scheiße, wo hängt er sie auf? Oh, bei mir ist ein Haken, da muss ich schnell weggehen. Ich verstehe. Ja, nice. Ja, perfekt, Alter. Es hat geklappt, es hat geklappt. Geil. Sehr gut. Ich bin kein Generator, ne. Oh, shit. Scheiße, ich muss geheilt werden. Seht ihr mich nicht, oder? Ich weiß ungefähr, wo du hingelaufen bist, aber das ist genau in die gegengesetzte Richtung. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Oh, das ist mir volle. Oh nein. Du hast ja noch deinen Deedstrike, Gehazi. Was? Du hast ja noch diesen Strike, oder? Ja, aber trotzdem, ähm... Beschreibt mal, wo ihr seid. An einem Ausgang? Ich, ich wette, ich verstehe nicht, ich komme zu dir. Ich bin auch in der Nähe von einem Ausgang. Er ist da irgendwo, Hasi. Versteck dich bitte gut. Ich seh dich, ich hab dich. Komm mal mit. Komm hier mal hinterher. Du hustest ja ganz schön rum, ja. Die ist total laut, oder? Findest du auch? Ich finde, die ist total laut. Ich glaube, der kommt aber in eure Richtung. Er ist in die Mitte Richtung, da, wo ihr gehalten wird. Oh nein, der kommt. Oh, wir müssen es schaffen. Ähm, er sieht uns noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir schaffen es, wir schaffen es. Ja. Wie weit ist dein Generator, Chris? Äh, wieder nur ein Viertel, weil ich wegrennen musste, weil er meint, äh, zu mir gekommen und zerstört hat. Hey, da ist jemand, der könnte mir helfen. Oder Reuler ist gerade weg. Ne. Er kommt zu uns. Scheiße, fuck. Das meine ich, ich krieg Panik, will weglaufen, ne? Wir haben 40% von einem. Warte, er sieht mich, er sieht mich, ich mach Generator, jetzt mach die Generator weiter. Er kommt zu mir, ich lenke ihn ab. Er läuft mir wie in den Boss hinterher. Okay, ich will es auch weiterzumachen. Wenn du zurückrennt, bitte Bescheid sagen. 60%? Oh nein, er kommt sonst. Nein, du kommst genau in unsere Richtung. Nein, er ist direkt bei mir noch. Wir sind gleich fertig, Christian kann schon den Ausgang aufmachen. Ja, ich bewähre direkt beim, ah, perfekt. Jawohl. Dort, wo wir Generator gemacht haben, John, ist auch ein Ausgang, direkt. Mach den Ausgang, aber er ist immer noch von mir. Er läuft die ganze Zeit im Kreis. Ja, ja, ja. Er ist ja erst irgendwo hier in der Raum, ja. Immer noch bei mir, mach weiter auf, weiter aufmachen. Hälfte? Crolli, noch ein bisschen, dann kannst du dich hier gleich beim Ausgang rauslaufen. Ich mach ihn grad auf. Er ist gleich offen. Meine ist auch offen. Den Prozent, ich lauf einfach raus. Er ist offen. Entkommt jeder. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Schaffst du es? Alles. Jetzt werden wir gewischt. Das geht nicht. Ja, scheiße, Mann. Aber was macht der denn? Oh, ich bin raus. Gleich auch. Oh Mann, geil. Das heißt lustig. Beide mit der Taschenlampe. Blende, blende, blende. Okay, das war schon eine coole Runde. Ja, war eine schöne Runde. Ja, zwei Runden haben wir gespielt. Ich darf sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und... Ciao. 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 Was hat er denn eigentlich gesagt? Bis zum nächsten Mal.